Herzlich willkommen zum Heiligenfeld-Podcast. Heute hören Sie Folge Nummer 3 zum Thema Hochsensibilität bei Mitarbeitern. Laut wissenschaftlichen Untersuchungsergebnissen sind zwischen 15 und 20 Prozent der Menschen hochsensibel. In der Parkklinik Heiligenfeld gibt es ein spezielles Angebot für Menschen mit Hochsensibilität. Man spricht hierbei nicht von einer Erkrankung, sondern von einer besonderen Wahrnehmungsbegabung. Auch in Unternehmen hält die Thematik Hochsensibilität bei Mitarbeitern Einzug und Arbeitgeber beschäftigen sich zunehmend mit dieser Begabung. Frau Vollert, Sie leiten die Marketingabteilung der Heiligenfeld-Kliniken und haben seit über zehn Jahren Führungserfahrung. Welche Bedeutung haben hochsensible Mitarbeiter für Unternehmen? Und was bedeutet es insbesondere für Führungskräfte mit hochsensiblen Menschen zusammenzuarbeiten? Für Unternehmen und Teams haben hochsensible Mitarbeiter eine große Bedeutung. Wie in vielen Bereichen spricht man aber auch in diesem Fall von den zwei Seiten einer Medaille. Damit meine ich zum Beispiel, dass hochsensible Mitarbeiter auf der einen Seite einen hohen Beitrag zur Produktivität eines Unternehmens leisten können, auf der anderen Seite aber erfordert es von Vorgesetzten und Kollegen ein gewisses Maß an Kenntnissen über diese menschliche Qualität. Denn nur wer sich mit dieser Thematik auseinandersetzt, kann Verhaltensweisen von hochsensiblen Mitarbeitern nachvollziehen und auch lernen, mit den Stärken und Schwächen der Hochsensibilität umzugehen. Könnten Sie das näher erläutern? Hochsensible Mitarbeiter haben oft die Gabe, Dinge, die um sie herum passieren, viel intensiver und früher wahrzunehmen als andere Menschen. Sie können zum Beispiel Informationen in ihrer Komplexität oft leichter als andere erfassen und somit tragen sie zu guten Lösungsansätzen bei Problemen bei. Auch wenn es dabei manchmal um wichtige Entscheidungen geht, können sie oft gut einschätzen, welche Chancen und welche Risiken damit verbunden sein können. Also meine Erfahrung mit hochsensiblen Mitarbeitern ist, dass solche Mitarbeiter oft sehr kreativ sind und sie sind oft in der Lage, nicht nur linear zu denken, sondern auch komplex und auch mal quer zu denken, also über den Tellerrand hinaus zu schauen. Und gerade in meinem Team, in einem Marketing-Team ist das sehr wertvoll, denn man ist auf kreative und innovative Ideen angewiesen. Darüber hinaus haben hochsensible Mitarbeiter oft auch ein außerordentliches Gespür für ihr Umfeld. Das heißt, sie erleben und spüren zwischenmenschliche Dinge oft ganz unmittelbar und intensiv. Und da kann es schon mal passieren, dass mir am Ende von einer Teamsitzung ein solcher Mitarbeiter oder Mitarbeiterin auf mich zukommt und mir auch zu verstehen gibt, dass beispielsweise eine Entscheidung, die ich in der Sitzung getroffen habe, zu einer emotionalen Irritation eines anderen Mitarbeiters geführt hat, ohne dass mir das überhaupt aufgefallen ist und ohne, dass dieser Mitarbeiter während der Sitzung sich dazu geäußert hat. Und oft ist es so, wenn man Sitzungen leitet, kann man nicht immer alle Stimmungen und Emotionen wahrnehmen von den Mitarbeitern. Und da ist es natürlich manchmal sehr hilfreich, wenn man solche Rückmeldungen bekommt. Und ich bin ohnehin der Meinung, dass Teams von einer guten Mischung verschiedener Charaktere und Wesungszügen profitieren. Und da leisten hochsensible Mitarbeiter oft einen ganz wesentlichen, wichtigen Beitrag. Allerdings, wo auch Licht ist, ist auch Schatten, das muss ich sagen. Und ich meine damit auch die andere Seite der Medaille, von der ich eingangs schon gesprochen habe. Die hochsensible Menschen verarbeiten Reize auf einem ganz anderen Niveau als nicht hochsensible. Das heißt, dass hochsensible Menschen schneller in eine Überforderung oder eine Stresssituation kommen als ihre Kollegen. Aufgrund ihrer Feinfühligkeit und ihrer Fähigkeit zum Mitgefühl, da kann es zum Beispiel passieren, dass sie sich in manchen Situationen nicht so leicht abgrenzen können wie andere Kollegen. Können Sie mir da ein Beispiel nennen? Ja, da kann ich Ihnen eigentlich ein ganz gutes Beispiel aus einer Situation in unserem Unternehmen nennen. Die Mitarbeiter der Marketingabteilung, die gehen hin und wieder mal in ein Plenum in eine unserer Kliniken. Das Plenum, vielleicht sollte ich das kurz erklären, ist eine Patientenversammlung, in der die Patienten sich nach ihrem stationären Aufenthalt verabschieden. Und dort berichten sie manchmal noch mal über den Verlauf ihres Aufenthaltes, schildern dabei noch mal, mit welcher Krankheit, mit welchen Symptomen sie zu uns in den Kliniken gekommen sind. Und solche Geschichten, ich bin selbst ab und zu auch mal in einer solchen Patientenversammlung, die können einem schon manchmal sehr unter die Haut gehen. Nicht-hochsensiblen Mitarbeitern gelingt es dabei, einen guten Abstand von solchen Dingen zu halten. Also sich hierzu emotional gut abzugrenzen und das Gesagte und Wahrgenommene nicht zu sehr an sich heranzulassen. Damit meine ich, dass sie nach einem solchen Plenum relativ schnell wieder in den typischen Arbeitsalltag übergehen können. Bei hochsensiblen Mitarbeitern habe ich das ganz anders erlebt. Sie fühlen sehr mit mit dem Patienten und haben oft Mühe, sich emotional von dem Gesagten abzugrenzen. Diese Betroffenheit, die wirkt oft noch lange nach. Und sich unmittelbar nach einem Besuch des Plenums auf die eigenen Aufgaben zu konzentrieren, fällt diesen Mitarbeitern deshalb oft sehr schwer. Was brauchen Ihrer Meinung nach hochsensible Mitarbeiter in einem Unternehmen? Also ich finde, wichtig ist erst einmal zu erkennen, dass man es mit einem hochsensiblen Mitarbeiter zu tun hat. Und das ist für viele Führungskräfte nicht immer sofort klar. Wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt, können zum Beispiel schon während eines Vorstellungsgesprächs verhaltenstechnische Fragen Hinweise auf einen hochsensiblen Menschen geben. Wenn man hochsensible Mitarbeiter im Team hat, dann ist es wichtig, dass Führungskräfte gemeinsam mit einem solchen Mitarbeiter darüber sprechen, also welche Dinge für beide im Arbeitskontext wichtig sind. Das kann zum Beispiel sein, dass der Mitarbeiter den Wunsch äußert, mehr Rückzugsräume zu haben, wie zum Beispiel hin und wieder mal das Einhalten von kurzen Pausen, vielleicht auch an der frischen Luft oder das Zurückziehen in einen ruhigen Raum nach einem kreativen Prozess. Und bei Aufgaben, die eine hohe Konzentration erfordern, diese könnten zum Beispiel in einem Raum durchgeführt werden, also in einem Büro, in dem keinerlei Lärmbelästigungen auftreten. Also damit meine ich zum Beispiel auch das Vermeiden des Klingelns eines Telefons oder sonstige Geräusche. Großraumbüros, finde ich, sind für hochsensible Mitarbeiter eher ungeeignet, zumindest über einen längeren Zeitraum. Und manchmal reicht es schon aus, in Zeiten, in denen ein hohes Geräuschaufkommen herrscht, einen Gehörschutz wie zum Beispiel Ohrstöpsel oder Kopfhörer einzusetzen. Ja, und auf der anderen Seite gilt für den hochsensiblen Mitarbeitern natürlich nicht die Anforderungen an den Arbeitsauftrag aus dem Auge zu verlieren. Also es sollte gemeinsam mit dem Vorgesetzten eine Lösung gefunden werden. Wo liegen zum Beispiel Stärken und Schwächen? Und auch dahin zu schauen, welche Möglichkeiten gibt es, damit der Leistungsauftrag auch erfüllt werden kann. Und so, finde ich, können beide Seiten von der Hochsensibilität profitieren. Iris Vollert leitet seit über zehn Jahren die Marketingabteilung der Heiligenfeldklinik. Sie ist unter anderem Wirtschaftspsychologin mit dem Schwerpunkt der Arbeits- und Organisationspsychologie.